Leute, so ein Biss, so einen Einschlag bekommen gerade, könnt ihr euch nicht vorstellen, so richtig krass auf den Jig-Spinner hier vorne, beim Barsche-Angeln. SP1 hier, guck mal. Das kann ein bisschen dauern, das sag ich dir. Also klein ist der nicht. Leute, der steht da wie eine Bank um mich. Oh, das ist ein Einschlag. Leute, 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 wird das auch wieder schön. Das ist heftig, das ist kein Barsch, das ist ein großer Hecht. Boah, die Welle, guck mal die Welle an, auf dem Wasser. Wenn er ihn ungünstig hat, wir haben so scharfe Zähne, die Ratten, das ist jetzt gefährlich, das Springen. Ich halte jetzt die Rute ins Wasser, damit er wirklich, damit er nicht aus Vorfach springt. Ja, was für ein Fisch, Mann. Krass, ne? Und ich mach den Fisch an, Leute.